So, liebe RheinKickTV-Zuschauer, es geht wieder los. Die X-Tipps Spieltagstipps gehen in die neue Saison. Wir starten mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga 3 und mit dem Trainer von FC Rheinsüd, Carsten Kerkhoff. Carsten, fühlt sich fit? Hervorragend. Wunderbar. Dann geht's los mit dem ersten Spiel. Das ist der Kaller SC gegen Grün-Weiß Brauweiler. Ja, ich tippe da mal ein 3 zu 1. Ich denke mal, dass die Kaller die letzte Saison einen guten Eindruck gemacht haben, auch sich ein bisschen wieder verstärkt haben und von daher favorisiere ich die an diesem Wochenende. Okay, das erste Ergebnis haben wir. Dann BC Bliesheim gegen den Bettburger BV. Gegen Bettburg haben wir letzte Woche gespielt. Wir haben zwar klar gewonnen, aber die waren gut organisiert und ich denke mal, Bliesheim wird es sicher schwer haben in der neuen Klasse. 0 zu 2. 0 zu 2 da. Dann haben wir den Tuss Schmidt gegen GKSC. Hürth. Ja, Schmidt war letzte Saison schon sehr schwierig und GKSC Hürth, glaube ich, haben sich gut verstärkt. 1 zu 3. 1 zu 3 da. Dann haben wir die Spielvereinigung Düren gegen Türkspor Bergheim. Bergheim ist ein Aufsteiger, glaube ich. Wir sind beides Aufsteiger. In Türkspor hatten wir letzte Saison mal eine Wintervorbereitung. War auch eine ganz ordentliche Truppe, aber ich denke mal, die kommen mit dem 1 zu 1 davon. Beide. Ein Unentschieden bei den Aufsteigern. Dann haben wir Germania Lich-Steinstraß gegen den SV Stotzheim. Wie geht das aus? Wenn man den Vorbereitungsergebnissen vertrauen darf, würde ich mal auf einen 3 zu 0 tippen. Okay, da haben wir einen 3 zu 0, einen klaren Sieg. Dann haben wir SV Weiden gegen Langer Wehe. Beide Mannschaften noch relativ unbekannt, weil viel Personalwechsel in beiden Kadern. Ich sag mal ein 2 zu 1. knappe Sieg hier. Dann haben wir die nächste Partie VfR Bache gegen DJK Viktoria Frechen. Auch da viele Veränderungen in den Kadern. Auch schwer einzuschätzen. Da sage ich jetzt mal 1 zu 2. Alles klar, da gibt es einen Auswärtssieg. Und jetzt zuletzt noch euer Spiel. Ihr spielt zu Hause gegen Alemannia Strass. Wie schlagt euch da? Ich denke, wir werden einen guten Tag haben und wir werden gegen einen guten Gegner ein verdientes 3 zu 1 einfahren. Also startet ihr mit meinem Sieg. Da wünsche ich viel Erfolg bei und Dankeschön. Ich danke.